Und der Fakt, dass Jesus Christus sein eigenes Blut im Himmel, in dem buchstäblichen, in dem wahrhaftigen Heiligtum dargebracht hat, erklärt auch besser, warum wir unbedingt Jesu Christi Blut brauchen, um gerettet zu werden. Denn es gibt verdammte Irrlehrer wie John MacArthur, die Jesu Blut buchstäblich lästern. Und darüber habe ich schon eine Folge gemacht, das habe ich erwähnt, in der Folge über Studienbibeln, wo ich John MacArthur's Studienbibel widerlegt habe, wo er eben Gott Jesu Blut lästert, also Gottes Blut lästert, denn es ist Gottes Blut, das ist, was die Bibel schwarz auf weiß sagt. Die Folge solltest du dir anschauen, werde ich unten verlinken in der Beschreibung. Aber es gibt eben diese Irrlehrer wie John MacArthur, sie lästern Jesu Blut und behaupten, im Grunde genommen, wir brauchen gar nicht unbedingt Jesu buchstäbliches Blut, um gerettet zu werden. Das Blut ist nur symbolisch für seinen Tod und bla bla bla. Aber nein, die Bibel sagt in Kolosser 1, Vers 14, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wir brauchen Jesu Christi Blut, um gerettet zu werden, sonst haben wir keine Erlösung. Und der Fakt, dass Jesus eben sein Blut dargebracht hat im Himmel, lässt uns noch besser verstehen, warum Jesu Blut so extrem wichtig ist. Das Blut von Stieren und Böcken kann Sünden nicht hinwegnehmen. Es muss Jesu Blut sein, das eben in dem wahrhaftigen Heiligtum dargebracht wurde, nicht in dem Abbild auf Erden. Nein, sondern Jesus hat sein Blut im Himmel in dem wahrhaftigen Heiligtum dargebracht. Und so haben wir Erlösung.